Etwas, was uns Komiker ganz oft passiert ist, dass die Leute sagen, sie, ist das wahr, was sie da erzählt haben? Sind sie wirklich verheiratet? Haben sie wirklich einen Hund? Haben sie wirklich Kinder? Und ja, ich habe Kinder, ich habe tatsächlich zwei Söhne. Und jetzt muss ich mir das überlegen, muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass es Söhne sind und nicht Töchter. Also, das musst du dir nämlich mal überlegen. Aus Söhnen werden Männer, aber aus Töchtern Frauen. Und ich habe nichts gegen Frauen. Ich finde Frauen super. Ich bin schon seit Jahren ein riesen Fan. Aber ich glaube, ich wäre nicht so ein Fan, wenn es eine Tochter wäre von mir. Weil ich glaube, ich wäre einfach kein cooler Vater für eine Tochter. Ich kann mir genau vorstellen, wie das abläuft. Dann wird sie irgendwann grösser. Plötzlich stehen irgendwelche Kollegen vor der Hütte. Also sagen, ist Lena da? Dann würde ich sagen, Moment. Wer will das wissen? Hey, mein Baby ist erst gerade noch in Kindeskirchen gegangen. Jetzt ist sie 13 Jahre alt und sieht aus wie 20 Jahre alt. Wenn ein Junge ist, dann hat der Pückel im Gesicht, seine Turnschuhe stinkt und er benimmt sich wie ein Zehnjähriger. Viel einfacher. Und wenn dann ein Junge das erste Mal eine Freundin hat, dann sagst du so als Vater, jawohl, ganz der Papa. Aber bei einem Mädchen doch nicht. Hey, geht's nicht. Jetzt hast du erst gerade noch Regenbögen gemalt. Und jetzt schminkst du dich, spinnst du eigentlich. Und ich kann mir genau vorstellen, wie es immer schlimmer wird. Je grösser die Oberweite, umso schlechter werden die Noten. Oder noch schlimmer, je grösser die Oberweite, umso besser werden die Noten. Hallo? Was heisst da, der Deutschlehrer ist total lös. Kann man den mal kennenlernen? Den kann ich jetzt mal kennenlernen. Nein. Und es wird immer wieder komplexer. Dann geht es gammellos mit, ich will in den Ausgang, ich muss in den Ausgang. Kind, du kannst nicht in den Ausgang. Du bist 18. 18, wie soll ich da noch ruhig schlafen? Und am Schluss kommt die noch heim und hat zuerst mal einen Freund. Und da müsste ich dann schon noch ein Wörtchen mitreden. Weil, was wäre, wenn ich fände, dass das nicht der Richtige ist? Und ich kann mir vorstellen, dass ich das fände. Auch wenn ich ihn nicht kenne. So als Vater. Weisst du das einfach? Und jetzt merke ich ja gerade, ich bin ganz froh, dass bei uns die Familienplanung abgeschlossen ist. Das war jetzt mehr davon gewesen, als hätte raus sollen sollen. Nein. Bei uns ist ausgeschlossen. Abgeschlossen. Ich war ein relativ junger Vater. Also da gibt es ja auch anders. Zum Teil lese ich von Leuten. Ich habe jetzt gerade gelesen von Billy Joel. Weisst du, der Sänger aus den USA. Hey, der ist im Alter von 64, ist der nochmal Vater geworden. Stell dir das mal vor. Mit 64 nochmal Vater. Gut. Er ist in bester Gesellschaft, so im Showbusiness. Also Robert De Niro ist in hohem Alter nochmal Vater geworden. Der Klaus Maria Brandauer. Von Mick Jagger müssen wir gar nicht anfangen. Das sind schon vier Herren, die sagen, so, wir sind bereit. Grauer Star, hörst du das Sulzenglack. 70 ist das neue 40. Nein, sie haben recht. Es ist der perfekte Moment zum Vater werden in dem Alter. Weil meistens ist ein Haus parat. Weisst du, Böge tauglich und Rollstuhl gängig gleichzeitig. Plötzlich ergibt sich einem der Begriff Familienpackung auf den Windeln. Die Spitex kann gerade beide baden. Weisst du, das ist ideal. Und am Elternabend. Darum heisst es Elternabend. Weil die Eltern immer älter werden. Früher hat es auch an mir geheissen, wir sprechen Hochdeutsch, damit es alle verstehen. Jetzt heisst es, wir sprechen etwas lauter. Nein, hey. Wenn ich mir vorstelle, mein Vater würde Vater. Also er wird es nicht. Ich meine, hallo, der geht jetzt auf die 80 zu. Gut. Er könnte. Er könnte. Ja, zu viel Info, vergiss es. Also klar, er müsste das eine oder andere Detail umorganisieren. Ja, logisch, der braucht eine neue Muslim. Also ich meine, eine neue Partnerin. Aber das hat man heute ja schnell erledigt. Gehst du ins Internet, klick, klack. Zwei Tage später, ding dong, steht sie vor der Hütte. Hallo. Ja, und das wäre meine Stiefmutter. Und die wäre sehr wahrscheinlich jünger als ich. Und sie wäre auch jünger als meine Partnerin, wo ja die Schwiegertochter ist von meinem Vater. Wo älter ist als seine neue Partnerin, wo seine Ehefrau ist und meine Stiefmutter. Ja, stell dir mal die Situation vor. Und stell dir mal vor, die Stiefmutter wäre jetzt schwanger. Und genau, nur hypothetisch, meine Partnerin wäre auch wieder schwanger. Also sie ist es nicht. Ich wüsste nicht, warum. Also jetzt wären die beiden Frauen gleichzeitig schwanger. Stell dir mal vor, was das würde bedeuten für den fast 80-jährigen Beppel. Dann wartet er doch gleichzeitig auf einen Sohn für sich, auf einen Bruder für mich und auf einen Onkel für seinen Enkel. Hey, da hält es das Hirn weg. Da implodierst, oder? Gell? Hast du noch nicht fertig geprozessert? Nein, das ist nicht zu viel. Und auf den Fotos kannst du kaum sagen, du, ist jetzt das der Onkel oder der Enkel? Ich könnte es nicht sagen, sie sind immer zusammen so herzlich im Sandkasten am spielen. Jööö. Jööö. Wäh. Nein, echt, ich glaube, mit dem könnte ich wirklich nicht umgehen. Gut, vielleicht schon. Das ist ja noch etwa die so. Man denkt so, hey, wenn das und das passiert, no way. Und dann passiert es und du merkst, oh, oh eh. das ist ja auch nicht zu viel versprochen. Geht online, Michel Gammentaler, holt euch Tickets, wenn die neuen Termine rauskommen für seine Show Bluff und bleibt dran, Hauptkino. Bis gerade.